hallo meine sehr geehrten damen und herren und willkommen zu einer neuen folge von minecraft namenlos ja wir haben endlich einen projekt namen seit letzter folge wir sind dort wo wir letzte folge stehen geblieben sind nämlich suchen wir auf der suche nach leder hier haben wir ein paar elefanten vielleicht geben die uns leder genau weiß ich das nicht aber es ist ein versuch wert finde ich wir könnten mal probieren ich habe mein mikrofon ein bisschen verändert im vergleich zur letzten folge alles klar das ist ein bisschen aggressiv geworden die aber wenn wir schon da sind ja gut ich gehe einfach schnell zurück aber wenn du schon da sind können wir uns gleich einen wegpunkt setzen damit wir unsere sachen nicht verlieren und uns nicht verlaufen also wir merken uns elefanten dürfen wir ehren nicht angreifen so home oder naja chest ja das ist besser wir nehmen dieses dieses grün und fertig so sollten wir dann wegpunkt haben ja so wir also wir hatten ja diese kluft und da gehen wir erst mal nach außen rum ich hoffe ich hoffe ich krieg die items jetzt noch rechtzeitig deshalb blöd wenn die weg werden allerdings haben wir gott sei dank alles wichtige erstmal aus sortiert und aus unserem inventar herausgegeben apropos wir könnten eigentlich gleich mal diese pünktchen hier löschen da das weg und das weg und jetzt habe ich den letzten trusspunkt weggeleitet es war nicht so klug von mir aber ich weiß ja noch ungefähr wo das war sollte hier irgendwo da unten gewesen sein wenn ich mich recht erinnere also wir merken uns elefanten nicht gut wenn man sie angreift ohne rüstung die kämpfen nämlich also die schlagen nämlich zurück nun gut das wusste ich nicht dann machen wir uns einfach weiter auf die suche nach kühn die sind wohl die verlässlichste quelle glaube ich so ich muss kurz schauen blablabla ok ich sehe auch nicht mehr egal ich habe mich vergessen den timer zu starten aber ich glaube so lange waren wir jetzt eh noch nicht unterwegs wird die folge halt etwas länger nicht allzu lange aber etwas länger ich habe vergessen die musik wieder im hintergrund zu starten schaffe ich jetzt nicht nein die sind immer noch aggressiv wie soll ich da meine items ist wieder zurückkriegen ach der hat ein junges vielleicht ist deswegen aggressiv schnell einfach die items holen und weg und weg und weg vielleicht deswegen so aggressiv gewesen weil ein junges bei sich hat ich meine ich will es jetzt nicht riskieren und die anderen noch mal angreifen haben wir auch ein paar äffchen das ist ganz nett aber ich brauche die papageien oder ist das ein papagei keine ahnung was das ist aber ist die schon so schön aus sie sind möglich ich habe es einfach nicht eingesammelt da liegen noch items herum dem sich schnell ansammeln oder zeigt mich das ist nicht die sport das sind sie im wasser gelandet man geht das also ist weg das der elefant greift nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut sind ganz viele elefanten online jetzt wird es nacht ei 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 nicht bedingt gewicht weg müsste elefant ist zu mir leid ich habe nichts gemacht das ist ein baum mensch keine ahnung was sie was das ist aber interessant auf jeden fall also ein nordlichter wie geil ist das denn das habe ich ja noch nicht gewusst dass es da gibt in minecraft das ist da in dem mod pack gibt dass ich spiele das wusste ich nicht dass hier dass das hier auch vertreten ist es gibt es nicht dass hier keine kühe weit und breit sind findet man doch sonst doch etwas schneller oder da bin ich mir das nahe vielleicht kommen die noch hoffentlich kommen die noch aber geil ist das bitte ist das denn einfach ein fisch an land alles klar aber geil ist wie cool schon diese nordlichter bitte aus aber es sind nur in dem bio modus schau euch das an schaut so schön aus ist ja mega cool sich gerade zum ersten mal live reaction ja da wird zumindest eine ziege mal schauen vielleicht vielleicht gibt es dir ein bisschen jeder bitte wo bist du die stehen bleibt vielleicht stehen habe ich gesagt aber jeder bekommt bitte nein nur wolle also nur ist gut wolle ist eher nicht schlecht aber auch nieder auch von den kunden stand nur wolle zurück 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 wenn wir von denen kein leder kriegen dann lasse ich die restlichen mal am leben falls noch irgendwelche da sind alter ist das dunkel alles halleluja dann geht gar nichts mehr ein ist der zombie lass mich in ruhe bitte nein nein spinne skelett gott solchen das jetzt schaffen ist der spinne gehen sie weg ist der spinne ich habe ihnen gesagt oh gott ich habe ein wichtiges problem was zum essen ich habe nichts ich das essen nein das kann ich nur werfen verdammt nicht fluchen felix nicht fluchen das war mein handy falls man das gehört hat in der aufnahme ein baum mensch bist du böse ich glaube nicht ich hoffe nicht muss zum regenerieren ich brauche essen der gibt mir jemand ist vielleicht sollte ich mir noch so eine grabstandmord oder irgendwas zulegen damit ich nicht immer neu anfangen muss sollte ich sterben allerdings habe ich jetzt eh nicht wirklich wichtige sachen dabei was ist denn da bekommen was ist denn das hier was ist denn da machen okay ich glaube das nicht eigentlich von einem schaf dachte ich zumindest kugelfische rohr danke anscheinend irgendwas von world zwar nicht geschämt also im world generator generator mein denklisch ist heute auch wieder und freund auf jeden fall jetzt nicht weiter mit dem fluss doch da geht es weiter ich gehe im fluss entlang weil da können wir kommen mir die zombies nicht so schnell so nahe richtig wo der nicht ich mich bitte nicht an mister panda das poppys ja was bist du denn warte ist der baum mensch halleluja ich hoffe im wasser gibt es sich doch irgendwelche kreaturen die mir schaden können so ich schaue nur ganz kurz also ich habe den wegpunkt vor mir muss einfach in richtung wegpunkt gehen huiuiuiui na gut wir sind eh schon sehr fortgeschritten ich würde sagen das wars für diese folge war ein ereignisreich also naja nicht wirklich ereignisreich wir haben herausgefunden dass elefanten nicht gut sind wenn man sie schlägt es nicht gut tut na gut das war es für diese folge schaut vorbei wenn es wieder heißt minecraft neuland lasst ein like da wenn es euch gefallen hat wenn nicht schreibt in die kommentare was ich verbessern kann lasst ein abo da wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und ich würde sagen bis zum nächsten mal macht's gut und ciao bis zum nächsten mal